Hast du oft gestorben heute schon? Also in meinem richtigen Let's Play sterbe ich ja so gut wie nie. Soll das jetzt heißen, das ist meine Schuld hier oder was? Nein, eigentlich sterbe ich da oft genug. Weißt du? Nee, so oft gucke ich mir das ja nicht an. Ich schreib ja dann lieber. Genau. Ey, wie viel Clay ist das denn hier? Krass. Boah, ich weiß auch nicht mehr hochkam. Die Strömung gerade. Es geht doch da rein. Und der Regen kann mal aufhören, der geht mir so hart voll auf den Sack hier, ne? Ey, ich find das schön. Regen aus. Äh, wo bist du? Am Haus und hab ganz viel Holz gesagt. Ach sauber. Dann kannst du mir gleich mal ein wenig Holz geben. Ich hab ja gar kein Holz mehr. Das ist alles mein Holz. Was? Was ist denn jetzt passiert? Oh, warte, pass auf. Oh, alte Äpfel. Ja, Äpfel sammeln zum Essen. Oh, echt? Aber jetzt ist es, keine Ahnung, futsch. Naja, wahrscheinlich ist das schon eingesammelt. Nein, dann hätte ich es ja hier. Oder sind das Äpfel dieses Grünzeug da? Nö. Ach ne, das sind Samen. Ein Apfel ist rot. Hä? Echt? Ja, aber erst wenn er reif ist. Hallo. Gib mal das Holz, gib mal das Holz. Oh, fuck. Nein, ist das mal eine Schaufel. Oh, willst du die wieder haben? Ja. Du kannst auch, glaube ich... Ja, geht. Drücke mal E. Bitte? E drücken. Ja. Und nimm das ganze Paket, was du mir geben möchtest, und zieh das außerhalb des Inventars. Wie außerhalb? Einfach... Einfach aus dem Bild ziehen dann. Hab ich. Und loslassen. Hab ich. Ja, sauber. Boah, 57 Holz. Echt, war fleißig. Ja, ich seh das schon. Ich verbrat mal ein paar Sticks, ich glaub das geht relativ schnell. Jo, das geht ja sowas von schnell. Und jetzt mal ganz fix hier ein bisschen was Dach drauf. Ich baue mir einen Hausmann. Ja. Ich bin der Hausmann-Bau. Und wie viel nehmen wir denn mit? 64 sollten ja reichen. Stimmt, Set Spawn könnte ich hier machen, ne? Aber jetzt brauchen wir's gleich nicht mehr, weil wir jetzt hier gleich schlafen werden. Zusammen. Ist der Ofen noch an, Dani? Ja, der Ofen ist an. Was ist da dran so lustig an dem Ofen? Hm? Was ist an dem Ofen so lustig? Nein, der Ofen ist toll. Und er brennt. Das Feuer. Da ist gleich Glas drin. Ich schmelze gerade Sand ein. Mach ich auch immer hier im Ofen. Deswegen sieht das aus. Ja. Ne, das ist aber nicht sauber machen. Dreck reinigt den Magen. Genau. Okay, ist jetzt nicht das schönste Dach, aber es erfüllt seinen Zweck. Der Regen kommt immer rein. Doch, ich bin immer noch nass. Ja, dann stell dich doch rein, wo der Dach ist. Ja, und ich bin doch mal hier stehen bleiben. Ja. Pass auf, sobald der Dach zu ist, hört der Regen wie auf. Und jetzt mach ich hier noch was hin. Und hier noch was hin. So, voll anstrengend gerade. Aber ich finde ja unser Haus ist ja klein. Ja, ist ja nur der Vorraum. Die Vorburg. Jetzt würde ich hier auch Fackeln drauf machen, die ich nicht habe. Der Ofen ist aus. Toll. Warum hast du die angemacht? So, Dach ist fertig. Regen hat aufgehört. Yeah. Ja, so ein Dach kann man ja immer mal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Aber warte, ich kann doch Glas Scheiben machen, habe ich mal gehört. Die hab ich von mir noch nie benutzt. Boah, 16 Stück, krass. Die benutze ich in meinem LP nicht, weil da im Beta Glas nicht ging. So. Schön, ne? Kannst du die auch putzen? Wieso, die sind so sauber, die muss ja nicht putzen. Ja, die sind sehr schön. Hast du toll gemacht. Du hast die Tür offen gelassen. Du hast die Tür offen gelassen. Das ist wie in echt. Du lässt immer alles offen. Ach. Gar nicht. Und. Haus. Guck was da drüber steht. Oh. Geil, ne? Das ist ja fein. Genau, schlechter Glas ist das. Penis. Warum schreiben das alle? Genau, so ein kleines Haus wie im Haupt-LP. Ich glaube so groß ist ein, weiß nicht, ein Achtel vom Lager, ne? Das ist ja noch niemals. Bist du nicht gefallen? Ach so, ne? Aber, ihr Mann hat ja klein angefangen. Was denn? Hat sie angefangen, dass du da hingefallen bist? Ne, das war die Dings hier. Muss ich den Clay erst braten? Ja, scheint so. Ja, okay. Okay, ich brate den Clay. Pass auf, sobald dunkel ist, legen wir uns mal schön ins Bett rein. Mhm. Und, ähm, haben wir noch, wir haben gar keine Steine mehr, ne? Weiß nicht, haben wir die da drin vielleicht? Ne, kannst du mal nochmal rausgehen, oder ich hole nochmal eben sechs Steine. Guck mal, du traust mir überhaupt nicht zu. Ja, wird grad dunkel. Ich will nicht, dass du dich verletzt. Ja, und deswegen lässt du die Tür auf, ne? Damit jeder reinkommt. Oh, ich seh gerade, links im Invertal wie Steine. Oh, ich hab Kohle gefunden. Kohle kommt nach Hause. Yeah, warte. Eigentlich wollte ich ja nur die Kohle holen. Genau. Was machst du? Na trinken? Ja. Wo ist hier Kohle drin? Leck mich am Arsch. Soll ich? Ne, ist okay. An meinen eckigen Minecraft-Hintern. So, warte. Du hast ja noch gar nicht gefragt. Das hab ich noch nicht gefragt. Warum ich ne Maske auf hab. Ja, aber hier liegt ja auch noch kein Stroh. Ah ja, stimmt. Das ist der Fehler. Guck mal. Oh, ja. Offenes Feuer im Holzhaus. Geil, ne? Guck mal, und jetzt haust du ab, weil ich gleich abgefackelt werde, ne? Komm, leg dich hin. Wie mach ich das nochmal? Rechte Maustaste. Leg ich jetzt? Glaub schon, ne? Ja. Ja. Echt? Aber ich steh doch. Ja, jetzt ist wieder morgens. Was? Geil, ne? Ich hab mich nicht mal liegen sehen. Brauchst du nicht. Ich bin aber noch müde. Ja. Ey, Mitchell, spell mir nicht den Chat. Oh, hör, was ist das? Ich hab dich ja auch nicht, wenn ich hier nicht geschlafen konnte. Ja. Das wäre ein echt geil, ne? So hinlegen. Oh, fertig. Nee. Warum nicht? Nee. Warum nicht? Warum nicht? Komm, jetzt, jetzt rennen wir mal raus hier, ne? Ja, rennen wir mal raus. Ja, rennen wir mal raus. Ich mach dir nochmal eben richtig schönes Werkzeug. Ach, Mist. Fail. So, jetzt mach ich mal ein leckeres Werkzeug hier. Was ist? Ich hab nichts mit dir, nur ein paar Gedanken durch den Kopf. Warte, wann machst du denn da? Hä? Nichts, ich beobachte dich. Hä? Ja, und? Nein, nein, nein. Das ist Frauensache. Ach so. Du denkst dich gerade ab, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Schwert geht. So, bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Ne, Iblali, schauen wir nicht. Äh. Aber redet dann noch jemand anders? Hörst du auch manchmal diese Stimmen? Na, ich glaub, die Stimmen sprechen nur zu dir. Hätte ich jetzt so gesagt. Das... Also, ich hör die Stimmen nicht, ich weiß nicht, ob ihr noch Stimmen hört, weil ihr hört eigentlich dasselbe so, was wir gerade hören. Wegen den Mikros. Hört ihr noch Stimmen? Ich glaube nicht, oder? Das hat sich so angehört, als wenn da manchmal noch eine andere Stimme ist. Was? So ungefähr? Penis. Nein. Penis. So ein geheime Penis, Mann. Pass auf, ähm, pack mal alles in die Truhe, außer dein Schwert, Spitzsacke und die Schaufel. Hör mal. Jetzt versuchen wir das nochmal. Bitte? Also mein... Alles wieder da rein? Ja, steck alles rein. Geil. Außer die... Die Axt auch? Ja, die Axt auch. Obwohl die Axt brauche ich ja auch nicht. Schwert nicht? Ne, Schwert brauchen wir. Jetzt geht ja bei Monster klatschen. Ähm... Die... Also und die beiden Spitzsacken auch nicht? Doch, die nimmst du mit? Ja. Haha, Peter. Die auch nicht? Doch, die nimmst du mit. Ach so. Ah. Und die Schaufel auch behalten. Die Schaufel? Ja. Schaufel ist gut. Bist du bereit? Ja. Komm, ich weiß glaube ich, wo wir hin müssen. Mach die Tür zu. Was ist denn los mit dir? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal, alter Opa. Genau. Das war auch geil. Wir laufen zum Bahnhof hier bei uns und da war ein schöner Zebrastreifen und dann kam so ein Opa angefahren und dann springt auf den Zebrastreifen und schreit voll laut, Hör mal, alter Opa. Hat aber geklappt, der hat gebremst. Aber wie lange das schon her ist. Wir haben jetzt immer noch ein Insider. Gibt's nicht mehr. Acht Jahre. Ne, weiß ich nicht. Doch. Vielleicht. Hm? Vielleicht acht Jahre, hör mal. Ja. Bestimmt. Oh, ne Schafsweide. Oh, ne Schafsweide. Die können wir später noch gebrauchen. Wir machen hier so einen kleinen Bauernhof, ne? So. Unsere kleine Farm. Ja, warte. Komm, wir müssen hier runter. Ja, ich bin hinter dir. Du führst mich. Ich bin der Führer. Bau mal hier die Kohle ab. Kohle ist wichtig. Wo? Wo ist sie denn? Hier diese... Aber nimm nicht das Schwert. Nimm nicht das Schwert. Nimm nicht das Schwert. Oh, Entschuldigung. Nimm die Pickaxe. Los! Ma, unter Wasser ist Kacke. Ich hab gedacht, das ist aber ein dreckiges Becken. Ja. Wer hätte da in das Becken gekackt? Aber den Satz kennst du bestimmt von früher ganz oft, ne? Ne, ich hab nur Pipi reingemacht. Haha. Ich fand das immer ekelig, wenn meine Schwestern in der Wadewanne, wenn die dann da einen abgelassen haben. War's denn Pipi oder AA? War grad so anstand, ne? Ja, war grad so anstand, genau. Du weißt schon, das war nur die Kohle abbauen? Nö, ich hau einfach drauf. Hier, Kohle ist hier, wo es so dunkel ist. Ich komm, wir nehmen mal weg. Was ist das für eine Kacke? Warte. Genau, das schwarze abbauen. Aber das ist wie im Schwimmbad, so ein reißender Strom. Das ist doch so anstrengend, die Taste zu drücken. Die wird immer heftiger, wenn man da unten drückt, ne? Peter, wirklich. Guck mal, ich komm hier nicht mehr weg. Ja, komm, bau dort eine nur ab. Guck mal, ich kann mich nicht mal mehr richtig... Oh, jetzt will ich noch was haben. Ich helfe dir, ich werde dir helfen. Das ist hier voll die Sturmung. Warte, wenn ich den hier nehme. Guck mal, ich komm noch ein bisschen nach und dann... Uh. Komm hier raus. Geil, ne? Ja. So geil. Hä? 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 Ich f�iere die Anzug darstellen, mit einer schwarzen Maske auf. Ähnlich wie mein Avatar. Äh, bist du hier? Komm mal hier runter. Hallo? Aua. Ja, wie komm ich denn jetzt hierhin? Eigentlich wollte ich irgendwo ein geiles Loch finden. Aber irgendwie... Oh! Warte! Geiles Loch! Komm rein! Nimm dein Schwert in die Hand! Boah krass! Das war ja mal ein geiles Loch. Heftig! Wir sind durch eine Zeitzone gegangen. Hier ist eine andere Uhrzeit als dahinten. Echt? Ja klar, weil wir sind ja 30 Sekunden durchgelaufen. Komm hier runter! Weißt du, ich hab so manchmal das Gefühl, du drehst mich einfach im Kreis und verkaufst mir das hier als große, abwechslungsreiche Welt. Hast du ein Schwert in der Hand? Ja. Okay, warte. Bäm! Guck mal, das ist Eisen. Und dann wird's dunkel. Ich mach's hell. Oh mein Gott! Ne, noch nicht rein, noch nicht rein. Baue erst das Jahr. Ich bin doch nicht! Erst das Jahr bauen. Ne, warte. Du musst mich daran erinnern, dass ich hier die Dinger wechseln muss. Ja, wechsel die Dinger. Wechsel die Dinger. Ja, okay. Geil. Denk dran, wenn du da runterfällst, bist du tot. Ich weiß, deswegen. Guck mal. So doof bin ich auch nicht. Wenn du da Shift gedrückt hältst, ne? Drück mal Shift. Guck dann, sieht aus, ob du kacken musst. Pass auf. Siehst du mich? Hm. So. Höh! Aaaaah! Drück du mal Shift? Genau. Nochmal? Charlotte! Kannst encontrieniau. Och dann lassen sich das.